Kennt ihr den Gachschauprum 4? Den 17 höchsten Berg der Welt? Nein? Macht nichts. Aber vielleicht kennt ihr seinen Erstbesteiger, den Bergsteiger und Kletterer Walter Bonatti. Denn genau um diese Legende geht es heute bei Legenden im Porträt. Walter Bonatti wurde am 22. Juni 1930 südlich von Mailand in der Stadt Bergamo geboren. Hier wuchs er in sehr bescheidenen Verhältnissen in einer klassischen Arbeiterfamilie auf. Im Gegensatz zu vielen Legenden der 40er und 50er Jahre wuchs er nicht schon in den Kinderschuhen mit dem Klettern auf, sondern beschäftigte sich in der Jugend vor allem mit Gymnastik und Turnen. Das war nämlich bis zu seinem 18. Lebensjahr seine eigentliche Leidenschaft. Dass ihm dieses Hobby irgendwann definitiv von Nutzen sein wird, das konnte damals nicht mal er ahnen. Mit 18 Jahren setzt sich Walter Bonatti das erste Mal mit dem Klettern auseinander. Und es war wohl Liebe auf den ersten Blick. Denn schon ein Jahr später, also 1949, gelangen ihm höchst eindrückliche Berg- und Klettertouren in den Dolomiten. Erstmals gelang es einem Menschen die Südwand des Cordellatissimo zu durchsteigen. Eine 250 Meter hohe Wand im oberen 5. Schwierigkeitsgrad. Für die damalige Zeit und die dementsprechende Ausrüstung vergleichbar mit einem alpinistischen Meilenstein. Und weitere Meilensteine sollten in den Jahren darauf folgen, was ihn schnell zu einem öffentlich als besten Bergsteiger der Welt machen sollte. Im Winter 1953, also am Anfang seiner 20er, durchstieg er alle Nordwände der drei Zinnen, was schon eine enorme Leistung darstellen sollte. Und nur ein Jahr später sollte Walter Bonatti ein Teil der Geschichtsbücher werden. Leider wurde es unter unglaublichen Umständen zu einer Geschichte, in der Walter Bonatti am Ende nur eine Randnotiz darstellen würde. Walter Bonatti wurde 1954 Teil der K2-Expedition von Adito Dezio. Bei dieser Expedition, die zum großen Teil mit italienischen Bergsteigern besetzt war, kam es tatsächlich zu einem großen Erfolg für die Italiener. Denn Achille Compagnoni und Lino Lacedelli erreichten den Gipfel am 31. Juli 1954. Doch was war mit Walter Bonatti, dem besten Bergsteiger der Welt zu dieser Zeit? Er war ursprünglich als unterstützender Bergsteiger vorgesehen. Er sollte also Zelte, Sauerstoff und Co. organisieren, tragen und letztlich beim Aufbau der Camps unterstützen. Dezio, der Expeditionsleiter, wählte für den Gipfelaufstieg am finalen Tag die Bergsteiger Lacedelli und Compagnoni aus. Und kurz vor dem finalen Tag sollte sich diese Entscheidung aus der folgenden Situation heraus erst ergeben. Achille Compagnoni wusste, dass Walter Bonatti einer der besten Bergsteiger war und auch der fitterste der gesamten Expedition. Compagnoni, ein getriebener Erstbesteiger von Bergen, der als sehr eigeizig gilt, wollte den Sieg, den Sieg als Person über den K2. Und genau diesen sei er durch Bonatti bedroht. Wie auch immer, Compagnoni beschloss, das Lager 9 an einen anderen Ort zu legen, als es ursprünglich im Plan vermerkt war. Bonatti und sein Hund Samedi wussten davon jedoch nichts. Als sie Sauerstoff zum Lager 9 bringen sollten, konnten sie dann letztlich eben dieses nicht finden. Und als dann noch die Dunkelheit einbrach, ist die Situation eskaliert. Medi und Bonatti waren bei minus 50 Grad Celsius dem schwierigsten und ungemütlichen K2 auf 8100 Metern ausgesetzt. Sie mussten einen Notbivak machen, wobei keiner der beiden auch nur einen Hauch von Überlebenschance erahnt hätte. Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten überlebten sie aber dieses Biwak. Medi verlor 10, Bonatti blieb komplett heil. Aber dermaßen geschwächt und abgeschlagen, dass es für den Expeditionsleiter Dezio klar war, dass Bonatti keine Chance auf den Gipfel haben würde. Die Konsequenz war nun, dass Compagnoni klar der Beste für diesen Job war. Compagnoni hatte besessen von der Erstbesteigung das Leben dieser zwei Männer riskiert. Und in aller Deutlichkeit kann ich das hier deshalb sagen, weil es heute nicht nur eine Vermutung ist, sondern kurze Zeit nach dem Drama auch dementsprechend belegt und bestätigt wurde. Auch der italienische Alpenverein bestätigte letztlich viele Jahrzehnte später genau diese Version von Walter Bonatti. Obwohl es Bonatti nicht so sehr darum ging, eine Erstbesteigung des K2s in der Tasche zu haben, hat ihn dieser Vorfall auf persönlicher Ebene sehr hart getroffen. Das Vertrauen und der Zusammenhalt unter Bergsteigern musste infrage gestellt werden. Daher konzentrierte sich Walter Bonatti nach dem Drama am K2 auf Alleingänge. 1955, also nur ein Jahr nach der K2-Expedition, sollte sich dieses Vorgehen schon bezahlt machen. Er schaffte es allein über den Südwestpfeiler des Petit Droux im Montblanc-Massif und setzte damit neue Maßstäbe in der Solokletterei. Der Südpfeiler wird heute völlig zurecht. Bonatti-Pfeiler. Und 1958 war es dann soweit und er kehrte zusammen mit dem Bergsteiger Kalu Maori wieder nach Pakistan zurück. Doch die Gier nach Achttausendern war ihm nicht gegeben, weshalb er sich auf jene Berge konzentrierte, denen in der Regel die Aufmerksamkeit verwehrt bleibt. Wie zum Beispiel den 7.932 Meter hohen Gashabrum 4. Und dessen Erstbesteigung die beiden Bergsteiger in einer höchst erfolgreichen Expedition unter Ricardo Kassin auch dementsprechend feiern. Doch nicht nur in Asien konnte er Erfolge feiern. Er eröffnete auch alleine eine neue Route in der berüchtigten Matterhorn-Nordwand. Schon 1965 gelang ihm das in einem fünftägigen Abenteuer. Walter Bonatti erlebte so viele Abenteuer und auch im weiteren Verlauf seines Lebens so viele Dramen, dass es fast unmöglich ist, sie alle im Detail aufzuarbeiten. Er hat versucht, viele seiner Erlebnisse in seinen über 20 Büchern niederzuschreiben und aufzuarbeiten. Aber auch als Kritiker des modernen Alpinismus wurde er letztlich bekannt. Walter Bonatti war viel mehr als nur ein einfacher Extrembergsteiger. Er war auf der Suche nach außergewöhnlichen Abenteuern und suchte stets, ohne zu gierig zu werden, nach der Möglichkeit, das Unmögliche doch möglich zu machen. So sagte er einst, Doch übermütig und fahrlässig handelte Walter Bonatti nie. Ihm war stets bewusst, wie gefährlich sein Handeln ist und wie vorsichtig er dabei sein musste. So sagte er später einmal, Der echte Bergsteiger versucht stets, über sich hinauszuwachsen, indem er jedoch immer auf der Hut ist, die Grenzen seiner Möglichkeiten nicht zu überschreiten. Und auch Reinhold Messner, dessen Hochartung man sich nur selten erarbeiten kann, schrieb 1974 über ihn, Walter Bonatti war für volle zehn Jahre der beste Bergsteiger der Welt. Bei ihm sind es nicht allein die außergewöhnlichen alpinen Taten zwischen dem K2 und dem Gashabrum 4, dem Rondois Nord und dem Cerro Torre, sondern vor allem seine Einstellung zum Alpinismus, die ihn aus der Zahl der spitzen Bergsteiger hervortreten lassen. Walter Bonatti war also in der Welt der Bergsteiger ein geschätzter und ehrvoller Mann. Doch auch das Leben der ehrvollsten Männer neigt sich eines Tages dem Ende zu. So verstarb er im Alter von 81 Jahren in Rom an Bauchspeicheldrüsenkrebs und damit gelang ihm eine weitere große Leistung, die nur ganz wenigen Extrembergsteigern vorbehalten bleibt. Er überlebt es jedes seiner alpinistischen Abenteuer.